Hallo liebe Zuschauer, heute zeige ich euch das Spiel Aquarium. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spiele-Blog zu euch nach Haus. Heute wird es wieder mal Zeit für ein Spiel, Spielzeug, auf jeden Fall in der Playlist rund um Spielzeug. Da haben wir euch schon viele coole Sachen vorgestellt, also nicht nur Spiele, sondern ab und zu darf es auch Spielzeug sein, in dem Fall was cooles zum Basteln. Das stellen wir euch gerne vor, in dem Fall aus dem Hause Clementoni. Altersangabe 4 bis 6 Jahre, die Alina ist 5 Jahre. So, was ist in der Box drin, was hast denn du für coole Sachen? Das ist ein Schnurrband, das ist eine Sonnenbrille und das ist eine Maske. Also, Spaß hat die Alina jetzt schon. Und so viele Läppen und noch ein Stück für den Nördchen. So, jetzt sind wir die ganzen Aufkleber durch. Die Alina hat mir jetzt genau erklärt, was auf jedem Aufkleber ist. Jetzt schauen wir uns aber die Box an und in der Box gibt es einiges. Und genau das wollen wir jetzt natürlich zusammen aufbauen. Ich zeige euch die eine oder andere Sequenz, wie wir das gemeinsam aufbauen, ob das die Alina auch schon selber bauen kann. Kann ich es auch bauen? Ja, dann schauen wir einfach mal und zeigen euch auf jeden Fall ein paar Sequenzen, weil hier mit diesen Rädchen, da braucht es auf jeden Fall Hilfe. Ist auch nicht schwer, da wird man das einfach rausstülpen und dann kann man loslegen. Wir fangen an mit der Anleitung. In dem Fall schon mal sehr viel Text, aber im hinteren Bereich. Da wird es interessant, weil da haben wir die Hinweise, wie wir vorzugehen haben, wie wir Schritt für Schritt das Ganze aufbauen. Mal schauen, wie weit es die Alina hinkriegt. Ich gucke das mir an. Hilf je nachdem natürlich ein bisschen. So, Schritt für Schritt natürlich. Das heißt, erst einmal die Teile raus, das andere muss auch raus, genau. Und was machen wir damit? Das legen wir mal auf die Seite, da muss wahrscheinlich noch irgendwas kommen. Die legen wir mal auf die Seite und dann kommen wir schon zum nächsten Bereich. Natürlich als nächstes, Alina, müssen wir jetzt die hier rausdrücken und dann kommen wir die kleinen, die kommen jetzt raus mit den Löchern. Und dann gehen wir zum nächsten Schritt über, weil wir müssen natürlich... Das musst du mir einmal zeigen. Ja, dann zeige ich dir das so einmal. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Schritt, weil das wird, glaube ich, etwas schwieriger. So wird das Aquarium dann zusammengebaut. So, jetzt wird es natürlich etwas diffizil, weil jetzt müssen wir das Aquarium natürlich zusammenstecken. Und da bin ich mal gespannt, wie es dann am Ende auch aussieht. So, und jetzt wird es ein bisschen wackelig. Das heißt, wir müssen noch das Ganze zusammenfügen, damit es auch passt. Schafft ein Kind nicht allein. Das machen wir gemeinsam. Und als nächster Schritt, die Alina malt jetzt hier die ganz schön an, müssen wir jetzt noch Seile, beziehungsweise, ja, solche Fäden sind dabei. Das heißt, wir schneiden das Ganze jetzt gemeinsam hier ab. Und dann hängen wir den fettigsten Fisch hin. Genau, oder wir nehmen die Fische und stülpen das dann hier entsprechend rein. Ein bisschen kleben muss natürlich auch sein. Die Alina sagt genau, wie sie das haben will. Alina, wie willst du den haben hier? Hier, soll man den dran kleben? Man kann auch schieben, aber ein bisschen freies Spiel muss auch sein. Man muss sich ja nicht streng an die Anleitung halten. Das ist ja der Alina Aquarium. Alina, wo machen wir das hin? Kleber habe ich schon. Das ist ich. Ja, hier darfst du. Wo willst du denn hinkleben? Dann hebe ich das rum, dann klebst du den so drauf und der Papa drückt. Die Fische, die klebt die Alina jetzt noch innen rein, die sie angemalt hat. Nein, ich muss warten. Die Alina sagt man nämlich ganz genau, wann der Kleber draufkommt und sie klebt sie natürlich selber drauf. Ganz klar, das Ganze ist ja auch für vier bis sechs Jahre. Man merkt teilweise etwas Hilfe, Unterstützung, aber das meiste klappt. Aber Alina, dann muss ich noch einen Kleber drauf machen. Aber ich will auch mal gucken. Ja, und sie schaut natürlich, dass die Fische sich nicht in die Quere kommen. So, zum Abschluss zeige ich das nochmal. Die Alina ist noch nicht fertig, aber ihr seht schon mal, wie cool das Ganze aussieht. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den abschließenden Worten, währenddessen die Alina noch hier kräftig klebt. So, Alina, wie findest du denn jetzt dieses Bastelset? Oh ja, super toll! Aber? Immer der Papa mit seinem Aber. Alles kannst du noch nicht selber machen, oder? Hm. Aber jetzt, wo es fertig ist, kann ich alles allein. Genau. Das kann ich auch mit dem Matze mal nehmen. So sieht es aus. Und du bist bei weitem nicht fertig. Es sind noch viele Aufkleber. Und damit hat die Alina jetzt auch ihr Aquarium mit echten Fischen. Nein. Aber tollen Fischen in dem Fall. Kannst du natürlich frei spielen, frei basteln, frei malen. Also das Set bietet wirklich alles. Aber es braucht natürlich auch anfänglich etwas Unterstützung. Gerade beim Zusammenbau. Das war ein bisschen wackelig, auf jeden Fall nicht so einfach. So ein Knackpunkt. Aber habt ihr das mal zusammengebaut, dann kommt auf jeden Fall der Spaß nochmal deutlich nach oben. Und wie lange haben wir jetzt zusammengebaut? Locker 1, 2 Stunden haben wir uns auf jeden Fall damit beschäftigt. Also eine tolle Abwechslung. Und man kann es natürlich auch ganz langsam angehen lassen. Je nach Kind, je nach Alter. Aber die Altersangabe 4 bis 6 passt auf jeden Fall. Die Alina ist 5 bis 6 passt auch. Der Lias hat zwar auch schon geguckt, was wir hier machen. Aber da gibt es ja auch andere Sets mit Boing etc. Die wir euch wahrscheinlich auch zu einem späteren Zeitpunkt noch vorstellen werden. Ich denke, das waren alle Infos, Alina. Ich sage Tschüss, bis bald. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt euch einen Daumen hoch und ein Abo. Über Abos werden wir uns freuen. Also herzlichen Dank. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet. Auf jeden Fall mal was anderes, aber ein cooles Spielzeug. Und genau deswegen ist es auch in dieser Playlist. Hallo Freunde, schön aufgepasst. Hier kommt der Spieleblog zu euch nach Haus.